hey leute und herzlich willkommen bei musiker und ich habe was vergessen beim anderen video zu sagen ich habe jetzt so man sagen in youtube eine seite wo ich schreiben kann das hatte ich erst nicht aber einer hat mich angeschrieben dann hatte ich das auf einmal automatisch keine ahnung warum da könnt ihr mich unter dem link den ich in video beschreibung hinmache könnt ihr mich da anschreiben und dann kann ich euch helfen und dann können wir ein bisschen schreiben wenn ihr wollt das müsst ihr nicht machen aber das werde ich trotzdem hier in den video den link rein tun das werde ich nur sagen noch das war es eigentlich schon bis zum nächsten mal ciao